herzlichen willkommen liebe leute zu einem neuen part von let's play tomo was für eine scheiße hier beim mikrofon spinnt die ganze zeit rum es geht manchmal auch nix aus dann muss es die taste drücken danach geht es wieder an es ist lästig aber es hilft nix das heißt du musst im heutigen part sehr gut hier auf mein tolles mikrofon achten denn immer wenn der balken oben nicht mehr ausdeckt bin ich kurzzeitig mal nicht zu hören erstreckend oft passiert das ich muss in die richtung hier dann setzt es richtig vor der cam so ich hoffe alles geht's gut sorry dass die letzten tage kein tom und datzie live kamen gab diverse schulissen auseinandersetzungen aufgrund der ich einfach keine zeit hatte nun habe es auch und wenn man mitgefunden ist immer ausfallen würde könnten wir jetzt aber anfangen ist es dafür es hat wirklich kein teil die so dies jetzt hier irgendwie grad null funktioniert aber ist hinterfragt das halt auch nicht mehr weiter ich bin froh wenn es funktioniert und hinterfrage auch nicht weiter wenn es nicht hier funktioniert es ist genau den selben schritt neulich zumal ich habe keine ahnung was liegt weil es gibt mit jahres neulich vor allem auch viel gekostet hat ne weil ob sie mehr nervt mich jetzt dass diese ganze bummes hier nicht mal funktioniert hier das ehrliche feier alles so pizza frisst pizza ist immergut haben wir es mal gesagt wenn ihr irgendwie hunger habt oder so einfach pizza fressen die ist immergut so auch wenn die scheißtester hier einfach nicht funktioniert vor allem und hinten nicht und besser mach immer mal scheiß und die ganze zeit ausgeht ich bleib ruhig mach das beste draus ich muss halt immer wieder hier auf dem kleinen knopf drücken und mir auf dem mischpult da muss ich mich immer so hier nach rest verrenken ja sorry dass ich zwei wochen keine zeit hatte und auch noch in real life habe hier es tut mir leid der hat 100 euro er hat sich grad wieder nicht gehört aber ja mach es ja ich weiß ja nicht für was du die brauchst aber ich bin nett ich weiß nicht wie oft es noch an diesem tag hier mein mischpult ähm ich weiß nicht wie oft es noch an diesem tag hier mein mischpult ähm ausmachen ist zu wenig es dafür es ist kann aber es kann ja auch nichts ich kann mir glauben nach alles was in meiner macht steht dazu verhindern dass das hier messpult hier die ganze zeit ausgeht aber es äh kann es nicht wenn es ausgeht dann ich glaube der bug liegt an meinem mischpult war so weil ich muss immer an und aushalten dann geht es wieder es ist sehr sehr kurios uh was gibt es zu versenken ja es war heute mein erstes lied und damit aber ich wollte halt ich wollte halt eigentlich ähm dieses dieses singendings da aufmachen aber ich will es nicht in part wenn man mit funktionieren würde wir kommen heute einfach noch mal rein äh und da machen wir morgen definitiv im part dass wir das ähm wirklich witzige äh operhaus hier äh öffnen wo man dann da singen kann sobald ich den lied versanke mach mir im nächsten part der dauert ja auch nicht lang wie in dem mikrofon problem wird das hier hat erst nur ein kurzer part aber es wird weil ich hier so ein zwei wochen lang wie ich es gebracht hätte und ich habe mir nachresten schauen wir uns an was jetzt eröffnet die probleme gelöst aber ein gott jährigen die exibiliung aus jeden fall das ist doch eine durchaus tolle news hier und ich glaube wer nicht mitgefunden ist das nächste mal absmiert nach ins pantomine und tue hier irgendwie nur was zeigen keine ahnung was ihr heute mit mann weggefunden ist ist heute dass das bis ins team haben wir irgendwie die hebe weil das ist das ist das fuchst mich hier gerade gewaltig ich kann es mir nicht glauben ich kann es mir nicht glauben ich bin großartig ich bin großartig dann die 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 ich bin die 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 Joa, äh, haha, so, boah nach was die anderen Bewohner hier wollen, und ich will mich erst nochmal für diese Mekko von Lex, aber das ist erst miss-fireless, und ich werd'n Partys auch so kurz halten, wie's nur geht, weil immer nach hinten nicht anmachen, das ist nervig. Das ist ja weshalb das hier eigentlich nicht funktioniert. Ich habe mich mit Miron beschäftigt, ich bin so wütend. Deswegen was ganz andermütend. Ja, mich halt auch beruhigend, mit dem scheiß Mekko von, was hier andauernd kaputt geht. Schalke es hier gleich an. Ey, das ist doch nicht mehr feierlich hier, ja gut, äh, die beruhigende ist, und zwar hier mit, äh. Alkohol, ich gehe dann mal wagen. Beruhig dich damit. Jetzt haben wir wieder so in den Kuki singen, also das ist ja nicht das erste Mal hier, oder? Oh man, wenn es jedes Mal, wenn es beim Mikrofon hier anzalten müsste, wieder anzalten müsste, hier einen Shot trinken würde, ist man jetzt so, ist der ein Hagel besoffen. Ich könnte eigentlich das machen, das könnte ein Ringspiel werden, ne? Jedes Mal, wenn das Mikrofon ausgeht, einfach, äh, halt, runterslocken. Ja, die wären alle jetzt so dicht, die da mitmachen würden. Mach das zurück. Jetzt wäre es so weit wieder gewesen. Einfach ein Video nochmal anzauern. Jedes Mal, wo ich mich hinten hin lehne, mein Mikrofon da zu machen, einfach mal einschränken. Wenn ihr noch keine 18 seid, dann bitte natürlich 18, beziehungsweise 18, nachdem es in eurem Bundesland ist. Natürlich kein Bier trinken, sondern Apfelsaft, das ist ja klar. Ich will euch hier nicht mit Bier trinken animieren. Oh. Wie auch immer es war, es hat hier nicht geklappt. Heftig. Es hat nicht geklappt. Ich dachte erst, dass sowas eigentlich immer relativ gut klappt, aber okay. Ja, das ist kritisch. Wenn dieses Mikrofon ausgeht, ich kann erst nichts dafür. So, du bist jetzt hier in Depressionen verfallen, ne? Was kann man denn machen? Wir konnten uns einfach nicht wieder verfallen. Das ist mies, was passiert daneben. Wissen Sie, was die tollere Stande, die mir gibt. Ich will aber nichts anderes. Los, nicht für mich. Alles klar. Wegen einer... Die Trinkschüssel lade das, sie mag nicht lieber. Nein, sie hat gesagt, sie hat nicht lieber. Also, wie wir alle sehen, das ist so ein heftiger Streit hier, ne? Also, verständlich, so ist die Sache. Ich mache es. Gut, bevor die es noch mehr kaputt machen, ist soweit gut, glaube es. Es ist das Mikrofon, ich könnte es umbringen, ich könnte es umbringen. Und zwar wirklich. Aber es dauert keine Sekunden. Da geht nicht... Das nervt so. Das ist nicht feierlich. Irgendwer ist im Freizeitpark unterwegs. Hauen wir da mal hin. Ja, da macht sich da Liron ein schönes Leben zuerst mit, äh... Cookie ist erst... Mikrofon abgesmiert ist, zuerst hier irgendwie mit Kugis dreiten, dann hier ein schönes Leben machen. So einer bist du also. Ah, ja. Wir sehen, wer hängt hier im Café? Ah, ja, das sehen... Wenn es richtig komisch ist. Wenn Leute im Café sind, dann stehen die da davor. Jetzt habe ich den Struck, der da als komisch reinschaut. Und Gamer so da hinten zurück. Die sehen so aus, als ob irgendjemand ausspannen wollte. Und dass die probiert, einfach irgendwie hier, ähm, nichts, ähm, zu bemerkt zu machen. Hm. So, komm, jetzt machen wir noch den Ereignisbrunnen da nicht gut für den Part, weil der Part ist wirklich nur passbringend hier. Weil, ähm, egal wie, okay, wir haben 100, wir haben immerhin 100, äh, der hat den Anwohnern geholfen. Das ist doch so mal, also 100, äh, Sachen gemacht. Das ist doch so mal gut. Das... Das freut mich auch, das haben wir sehr gut gemacht. Ähm, ja. Wenn es bei mir weitergeht, wenn ihr in mir habt, gerne einstecken, dann kann das gerne mit da rein. Und wir schauen jetzt hier, dass ich ein paar Neues beende und dann nehme ich PC-König, was Neues darin und hoffe, dass ich bis zum Stream heute Abend, hier am Montag, 1.30 Uhr, Maromeka, dass ich wieder repariert hab. Weil, sonst wird es ein bisschen nervt, wenn ich mich von mir auch die ganze Zeit abkackt. So. Ja. Leute, ich kann mir es nur anzulegen, aber es beenden Parts auch, weil es... Maromeka kann sehen, wie ich es immer hier, boah, nach hinten reißen muss, um das irgendwie da anzulegen und alles. Das ist mir jetzt... Wie ist es umständlich, wenn ich immer irgendwie so, ach, nach hinten muss. Also, das war's mit dem heutigen Part. Im nächsten Part geht's weiter. Herzlichen Dank für's Zuschauen, macht's gut, bis dahin. Ich bin raus und ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020